hallöchen heute erkunden mir die lüfte ich möchte einmal zu diesem baum da da war ich noch nie kennt er es ja startet so als ohr und dann sind in diesem baum in der ferne aber man war da gefühlt noch nie was ist da hinter dem baum da war ich das immer der ist irgendwie so unendlich weit weg gefühlt ich weiß nicht ist viel zu weit weg wir gehen auf jeden fall heute hin und lüften das geheimnis egal wie lange das dauert meine heimnisse und nükswolken ist lange werte zum packen ich bin krass mit der ich will hoffen dass er mich hört ich habe es sei doch nicht rum ich glaube ich muss man er packt das doch nicht ich muss da hinten lang das ist so von außen ganz ruhig mit denen als es dann der machte so der praktische was war was geht hier ab ich werde auch arbeiten doch mal ein video machen zu einem manns auf dem account das werden ziemlich viele sein der so gesehen endlich ich würde mal sagen wir gehen und das ist das runter hier war ich noch nie was ist was geht hier ab hallo das ist das feenreich das haus erinnert mich an irgendwas irgendwo in das haus wird einfach zweimal verbindet da war auch hier irgendwo aber genauso gleiches haus so und dann hat man hier so drei quests ich glaube es ist ja ruhig als schmerz gespeatet also auf jeden fall wir sind hier jetzt angekommen und es ist hier toll es ist hier wunderschön ich bin ganz es ist hier jetzt mal Was ist das Funste an diesem Video? SPREGTALA! SUS! Oh mein Gott! Was passiert? Ganz ruhig! Feuer an den Weg! Ich werde es jetzt beenden! Ich würde ihn gerne fangen, aber er hat mich richtig gehabt. Kumpasak! Attacke! Auf ihn! Ooooooh! Ooooooh! Komm zu mir, Yibby! Jaaaa! Auf den nächsten Video, Bye!